Ich bin die Mauer von der Mount Everest Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst dir von der Zugspitze wäsch' Nee, da müssen jetzt noch Schmutzpacks weg. Also, Draft Battle rein. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich fang an. War nämlich ein Scheiß drauf der Letzte. Na, so scheiße war er gar nicht scheiße. 192 ist gar nicht scheiße. Ja, geht aber mehr. 442, vertrau mir bitte. Stürzt mich nicht ins Verderben. Geh ich mit der oder mit der? Ich geh mit Flügel. Ja, perfekt. Ja, die Draft sind aber besser geworden. Ja. Gut, nimm mal mit. Äh, Jungs, ich... PJ kann morgen einfach ein Highlight-Video bringen, wo ich über Greta rede. Da sind alle Infos drin, Jungs. Sonst laber ich jetzt nur mal alles runter für den Chat. Das ist ja auch Kacke. Das ist Quatsch mit Zoos, ne? Die ganz kurze Zusammenfassung. Die Villa hieß, wie hab ich vorhin gesagt? Villa Angelina. Ich hab nicht zugehört. Auf Greta. War absolut top. Gibt's nichts Negatives zu sagen. Ich hab 2-3, 2-2, 3-4 für die Villa bezahlt. Jetzt für neun Tage. Ähm, war absolut mega. Timo, deine Meinung zum Joggen gehen im Urlaub? Ich hab's gemacht. War irgendwie... War... War auch gut. Also... War hart, weil halt Greta ziemlich hügelig ist, ne? Da war halt nicht viel mit nur geradeaus laufen und so. Aber ich bin jeden... Also jeden 2. Morgen bin ich so 5 Kilometer laufen gegangen. War auch ganz entspannt. Danach halt ne Pool, entspannen und chillen. Ist halt auch chillig. Boah, nur Premier League ist die Mauer. Ja, was soll ich denn machen? Außerdem ist das nicht nur Premier League, Kollege. Guck mal. Hier ist eine andere Liga. Hier ist eine andere Liga. Und hier hinten ist auch nochmal eine andere Liga. Okay, gehört zum Käsi. Ich jogge gar nicht gern. Ich bin jetzt so der Jogger. Wann hab ich jetzt wieder mit Sport angefangen? Am 9. Ja. Am 9.7. Hab ich jetzt angefangen wieder. Und mittlerweile... Also am Anfang war echt hart. So am Anfang bin ich so 3 Kilometer gelaufen. Aber halt wirklich auf ganz, ganz entspannter Ehrenbruder Basis. Und mittlerweile gehen 5 Kilometer schon wieder ganz gut. Oh, oh, oh. Gehen ganz entspannt. Ja, ich bestinke mal. Gehe jetzt alles mit die Mauer mit ins Fitness. Chad, wir nehmen mich denn hier mit. Seitentauschen könnte ich halt versuchen. Der bringt mir halt gar nichts. Haben im letzten Italienurlaub fast 2 Leute tot gefahren. Da die besoffen mit dem Roller hinter uns... Ach du Scheiße. ...hinter uns gefahren sind, während wir ausgepaalt haben. Seit dem Tag war der Urlaub gelaufen. Oh kacke, das glaube ich dir. Na was. Oh mein Gott. Lorente, ich nehme Lorente mit. Den krieg ich noch irgendwie rein. Ja Jungs, krieg ich irgendwie rein. Wie lange brauchst du für 5 Kilometer? Also dort im Urlaub war das jetzt halt kein Maßstab, Digga. Aber wie gesagt... Uuuuh, moin meinte! Tschüss! Digga, wie soll ich das besiegen? Moin meinte! Da ging es die ganze Zeit halt bergauf, bergrunter. Das war halt schon hart, ne? Da war ich halt teilweise echt schon so 56 Minuten mal länger unterwegs. War halt wirklich hart. 93 steht da oben. Äh, zu früh gefreut. Kleiner Nachschieber, klein hohes Radding Nachschieber. Wahrscheinlich auch krass, ja, dass Mo Auber direkt nach mir da reingezogen ist. Ach nein! Mach doch nicht diesen! Mach doch nicht diesen! Warum mach dann jetzt diesen? Ja, wie 92 steht, ne? Ja, aber das ist Schmutz. Ah, wir können es aber... Ja, komm, wir können es perfekt machen. Meinungen zur Testpflicht nach dem Urlaub. Hurensohn. Das ist meine Meinung. Wart ihr oft am Strand? Ja. Schon oft. Ja, mehr wie 92 gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Ja, da ist noch Luft nach oben, klar. Ähm, also in der Regel hier so in Deutschland laufe ich halt, also laufe ich einen Kilometer aktuell so bei 6,50. Ne? Aber wie gesagt, Jungs, dort ist es halt krass. Ihr habt es ja vorhin gesehen in Kreta, wir waren ja ganz oben auf so einem Berg. So, entweder läufst du halt in die Richtung runter, aber dann musst du halt da wieder 2,5 Kilometer den Berg hochlaufen. Deswegen habe ich das halt immer so ein bisschen, ne? Mal ein bisschen dahin, dann wieder ein bisschen zurück, dann dahin. Dass es halt nicht nur nach unten ging, Jungs, ne? Guck mal, der Kollege, 192 packst du aber auch. Deswegen war das, wie gesagt, kein Maßstab, aber halt ein bisschen Bewegung, es hat gut getan. Dann 28 grad noch mal draus. So, da habe ich Points auch genommen, ne? Jaja. Jungs, wenn du das mit Tennis mitbekommen, dass der deutsche im Finale steht, ja. Boah, welche Formation ist aktuell gut? Komm, ich bin raus. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Du hast die vier Tüppel zu? Ich würde die nehmen. Mit außen beflügelt besser, wie mit so ZOMs. Ja? Ja. Wirklich. Chat, was sagt ihr? Sagt mit außen besser, wie mit den ZOMs. Also ich persönlich würde mich für die... Boah, aber viele sind viel, viel. Mhm. Machs. Lass dich reinreiten, die Scheiße. Machs, nimm sie mit. Geh vertrauen, Chat. Und später schütteln sie dir die Hand und sagen Dankeschön. Machs. Ich vertraue, Jungs. Geh rein. Ich vertraue dem Chat jetzt. Ich vertraue dem Chat blind. Geh rein. Denkst du es war ein Fehler? Es war ein Fehler. Ah, es ist noch zu früh. Hä? Ich hatte vorhin genau eins zu eins dasselbe gehabt. Watkins und ähm... Chat hat mich aufgenommen. Wer heißt dann? Bajo. Alter. Chat. Tommi, ich sag's doch. Was fragst du mich eigentlich überhaupt? Ich bin raus, was ist besser? Alter, Chat! So, in Ernst? Was ist denn hier los? Ja, gut. Schön, dass du auf mich gehört hast. Ein Freund in Not. Ach, komm. Wenn ich wollte ein Freund in Not, wollte ich helfen. Jetzt kann er 50 Dreckspacks wegmachen. Da müssen wir nochmal ausspielen. Da sag ich ja, wie es ist. Da müssen wir nochmal ein Angebot raus holen. Aus der Situation. Äh, äh, wie schnell sind die? Wie? Das haben sie geändert, ja? Wie schnell sind die denn bitte? Aber alle. Was? Ja, alle Wechsel haben sie schon geändert. Ach, f*** euch. Wirklich. Gut. Ich bin early. Rammt euch euren Nowhere Pimmelpenis selbst in der Pop. Guck, jetzt kommt er. Der Vincent. 3-4-3 wäre besser gewesen. Was ist das? Ich, ich war early. Ja, so ein Vorland ist gut. Vincent, hä? Vincenze. Aber Vincent war ehrlich. Hat auch vorhin 3-4-3 reingeschrieben. Du hast aber dann auf den Vincent vertraut. Hast falsch gebaut. 4-4-2 Leute waren, äh, 4-3-2 Leute waren alle Team sie mau. Ja, super. Na ja, bau was. Die Guten kommen noch. Da sind sie. Hilma's. Hast halt ganz schön Draft Skills verloren. Im Urlaub. Hättest du mal vertraut. Vincent, hätte er uns mal vertraut. Wir waren ehrlich zum. Kann man ja schon mal Angebot überlegen, ne? Überleg dir schon mal. Ja, Tommi, die Zeit ist vorbei. Es hat sich einiges geändert seit dem Urlaub. Seitdem er im Whirlpool gehockt hat. Was ist denn das? Unser Capione Timo. Es hat sich einiges verändert. Vorbei der PS5 ist mega Delay. Wie fixt man das? Meinst du vielleicht eher das? Guck lieber mal, dass dein Monitor Bruder in Spielmodus versetzen. Ich glaub nur, dass die PS5 Delay hat. Wie seht's denn aus, Digga? Was ist denn aktuell machbar bei dir? Machbar bei mir? Ja, wir haben einige Schmutzpacks. Und ganz ehrlich will die Schmutzpacks definitiv nicht wegmachen. Bau ein 193er und dann geht's nicht stechen. Nehm ich an. Der nächste Draft muss ein 193er sein, dann geht's nicht stechen. Packst du ein 194er, mach ich dir freiwillig alle Schmutzpacks weg. Okay. Packst du's aber nicht? Was kommt denn jetzt noch nicht? 1 auf 7! 1 auf 7! Ne, dann musst du gleich wegmachen. Kein 193er, du musst wegmachen. Tja, aber die Punkte. Ja, aber er drückt mich. Ich hab nichts mehr zum drücken. Er prägt dir die Gummipunkte. Er prägt mir aber nichts zum drücken. Ohrwichtig, ohrwichtig, ohrwichtig. Jaaa! Scheiße. Ja, Garnas! Wau du! Macht Schwab, Junge! Alter, was ein Glück. Easy. What the luck, Alter. Okay, geht's nicht stechen jetzt? Geht's nur los. Easy, easy, easy. So, meine Damen und Herren. We are here! Unverschämtheit. Ich kann dir nur Schmutz aus den Packs. Christiano, Ronaldo. War das der Engländer, Sancho? Stabiles Pack. Stabil. Fühlig. Guck mal, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ja, okay. Was ist denn jetzt los? Sancho, werde ich hier einen Preis sehen. Ob er noch zu der Großverdiener gehört? Großverdiener. Gehört noch dazu, okay? Stimmt. Schon fertig. Schon die komplette Rechtfertigung. Kostet wahrscheinlich auf 30k. Achtung. Ich will den Kriegsseher. Achtung, der kommt da doch. Oh, Lionel Messi! Der war aber gut, ne? Haben wir auch lange gezockt. Buan? Das ist aber kein Buan. Das ist der ESPNOS! Den haben wir nicht gezockt. Weltklasse, der Typ. Und dann schreibe ich. Schönes Pack, nehme ich mit. Schlecht. Andach war gut, das war schlecht. Wow, warum hatest du so? Das war schlecht. Ja, gucken wir mal. Cristiano! Mess! Komm, gib Messi her. Na, Biegli. Ja, ja. Hm. Nennt mal den Biegli. Diese Banega. Cristiano kann nur ich. Komm, legen wir ein bisschen auf uns Zeug. Uh. Herr Moser noch dabei. Bitte, sie legen ins Zeug sich. Oh, okay, 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 okay. Chill, 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 chill. Chillt alle zu Hause, Frankreich! Oh, Ariola. Der ist schmutz. Der ist schmutz. Der ist schmutz. Ein gutes Pack bis jetzt. Oh, Mon, die ist stark. Ist das okay, ja? 700k noch, oder? Ja. 90 fast. Untauchbar. Alles in Untauchbar. Der ist safe net. Schieb immer die Jordan. Uah. Komm, jetzt. Mach mal halt noch mal. Bleibt mal entspannt, Jungs, zu Hause. Nehmen wir noch mal mit. WAMOS! Jetzt sind wir weg. Hätte ich schon zeigen können, sei nicht? Hätte ich schon zeigen können, Mann. Auf einem Tick noch. Maschine. Gutes Pack.